Hi Leute, hier ist wieder euer Cookie. Ich melde mich hier direkt vor der IGP, der integrierten Gesamtschule in Pafrath. Bei der Gelegenheit wollte ich noch Heidi Klum noch grüßen. Ist auch hier zur Schule gegangen, war früher uns hier alles in rot angestrichen. Wurde dann im Laufe der letzten Jahre halt geändert. Ja, High 4 Motion. Wollte ich auch noch grüßen bei der Gelegenheit. Ja, hier bin ich übrigens auch zur Schule gegangen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Okay, ciao, ciao und vergesst bitte nicht meinen YouTube-Channel zu abonnieren. Ciao.